Das Leben eines Content Creators ist manchmal anstrengend. Ich persönlich habe ungefähr 500.000 Projekte, Ideen, Videos, die ich so viel angefangen habe. Dann kommt die Season 2. Treyarch, Activision, Infinity Ward, Raven Software arbeiten an den Waffen für Warzone, Cold War, an den Waffenpatches. Man liest sich die Patchnodes durch. Man denkt, oh, so viel hat sich ja gar nicht geändert. Man testet eine Waffe und denkt, hmm, komisch. Testet die zweite Waffe, komisch. Testet die dritte Waffe, komisch, okay. Fünfte Waffe, sechste Waffe. Man testet zufälligerweise die ganzen Waffen, die man auch vorher eigentlich als Meta-Waffen gespielt hat. Und heute werdet ihr erfahren, warum der gesamte Haufen von Entwicklern, Designern, Technikern, Spieleberatern bei Treyarch und Activision und Infinity Ward absolute, Hurenwälder sind, absolute Wichser. Solche Behinderung. Das ist unglaublich. Das heißt, Kurzform, Leute, für euch, alle Waffen, die bisher in Cold War oder aus Cold War in Warzone die Meta waren, könnt ihr nach diesem Video in die Tonne schmeißen. So, Freunde, jeder von euch, der Warzone gerne spielt und alle seine Klassen hat und alle seine Waffen hat, kann alles, was er sich bisher zusammengestellt hat, mit der alten Meta in die Tonne schmeißen. Das neue Update sorgt dafür, dass alle Cold War Waffen in Warzone nicht mehr spielbar sind. Und ich werde euch jetzt so schnell wie möglich erklären und zeigen, warum. Ich kann euch nur sagen, es ist bestätigt von Jagged, es ist bestätigt von Exclusive Ace Drifter, ist aktuell nicht dran, weil der gesundheitlich nicht fit ist. Ich habe es selber heute drei Stunden mit Sony Vegas probiert. Ich werde euch die Zahlen sagen, ich werde euch zeigen, was sie mit den Aufsätzen gemacht haben und warum es nicht mehr möglich ist, zur aktuellen Zeit mit Cold War Waffen Warzone zu spielen. Zu den ersten Änderungen. Jeder von euch weiß, dass er in Warzone mit einem Schalldämpfer die Agency Mündungsfeuerdämpfer benutzen muss. Und jetzt müsst ihr eins bitte bedenken. Als die Integration von den Modern Warfare Waffen und den Cold War Waffen in Warzone gemeinsam stattgefunden hat, war das, was hier in den Beschreibungen steht, falsch. Das heißt, da stand dann Geräuschdämpfung plus Rückstoßkontrolle, also weniger. Dafür eben effektive Schadensreichweite wird weniger, Kugelschwindigkeit wird weniger. Die Leute haben den Agency Suppressor zum Beispiel trotzdem genommen, weil der Aufsatz das Gegenteil gemacht hat, weil sie es im Prinzip falsch programmiert haben. Dann haben sie angefangen, die Sachen, wie sie hier stehen, so stehen zu lassen und haben andere Sachen programmiert. Dann hat man plötzlich das Gegenteil gehabt. Jetzt tun die Cold War Aufsätze sowie die Agency Mündungsfeuerdämpfer von der FFAR 39% weniger Bullet Velocity. Das bedeutet, eure Kugeln fliegen 39% langsamer und dementsprechend auch nicht so weit wie vorher. 40% weniger macht aus der FFAR eine Waffe, die nicht mehr zu irgendwas zu gebrauchen ist. Vor allen Dingen, all diese Waffen, die ich euch zeige, haben diesen Mündungsfeuerdämpfer als Kompensation gegen die Modern Warfare Warzone Waffen, die bessere Aufsätze haben. Die M16 hat dasselbe Problem. Der Agency Schalldämpfer sorgt für eine reduzierte Bullet Velocity, das heißt Kugelgeschwindigkeit von 39%. Ich hatte 42 raus mit Sony Vegas, ich habe die Frames gezählt, kann ein halber Frame mehr oder weniger, aber 40% ist ungefähr die Zahl. Das heißt, auch die M16 ist in Warzone nicht mehr spielbar. Außer, ihr nehmt den Agency Schalldämpfer raus, verzichtet auf den Schalldämpfer und versorgt euch mit einem der Aufsätze, die ihr hier habt. In dem Fall wäre es, ihr müsst einfach gucken, was ihr haben wollt. Wenn ihr sagt, ich will die Range haben, müsst ihr Sonderkommando die 20 5 Zoller oder Qualitätsausführungen nehmen. Bedeutet aber auch, ihr werdet langsamer, ihr habt keinen Schalldämpfer mehr darauf und hier habt ihr die effektive Schadensreichweite mit einer Erhöhung von 50%. Das ist in Ordnung, reicht aber ohne Schalldämpfer nicht aus, um in Warzone dominieren zu können. Das nächste Problem, was wir haben. Die Bullet Velocity mit den Agency Schalldämpfern für die Stoner und für die RPD, die sehr ähnlich sind, sind um 34% reduziert. Das heißt, gerade die Stoner und RPD, die auf Mid-to-Long-Range extrem gute Waffen in Warzone waren und auch von vielen Pros mittlerweile gespielt worden sind, ist für Mid- bis Long-Range nicht mehr geeignet, weil ein Drittel der Reichweite der Kugeln rausgenommen wurde. Das heißt, die könnt ihr im Prinzip in die Tonne treten. Dazu haben die Stoner und die RPD noch ein Problem. Vorher war es so, dass ihr mit der Division, Cavalry oder dem Spets-Nuts-Lauf 80% mehr Bullet Velocity hattet. Das heißt, auf Range hat die Waffe weiter geschossen. Von diesen 80% sind jetzt mit dem Aufsatz bei beiden Waffen nur noch 50% übrig. Das heißt, auch hier ist die Range rausgenommen worden. Kann man nicht mehr nutzen. Bei den Snipern, die aktuell auch noch eigentlich beliebt waren, die Tundra, genauso wie die Paddington, haben wir das Problem, dass hier der umwickelte Schalldämpfer, in dem Fall ist es hier so, um über 30% weniger Bullet Velocity gibt. Das ist alles mit diesem Update rausgekommen. Das heißt, die Stats der einzelnen Waffen spiegeln sich jetzt 1 zu 1 passend mit dem da, was wir hier sozusagen sehen. Dazu kommt eine kleine Änderung bei den Taktik-Gewehren. Die M16 hat mit dem Agency-Suppressor ja 39% weniger Bullet Velocity. Die AUG Basis Bullet Velocity liegt jetzt bei 600 und ist damit, Basis ohne Aufsätze, an die M16 angenähert worden. Die AUG ist in jedem Aspekt besser als die M16. Das heißt, wenn ihr euch ab jetzt für einen Taktik-Gewehr entscheidet, gibt es keinen Grund mehr die M16 zu nehmen. Ich würde nur noch die AUG dazu nehmen. Ebenfalls hat sich Treyarch die MAC-10 geschnappt. Die MAC-10 hat sowieso keine hohe Reichweite. Mit dem Agency-Mündungsfeuer-Dämpfer erreicht ihr 15% weniger Bullet Velocity als vor dem Update. Das heißt, auch auf Close Range ist sie nicht mehr die Nummer 1. Und auf etwas längere Range, Gunfights über 12,5 Meter oder länger, könnt ihr auch mittlerweile knicken. Schwierig Leute, schwierig. Das heißt, wenn wir uns alle Waffen angucken und vor allen Dingen das Problem, dass die Agency-Schalldämpfer einfach nicht mehr das tun, was wir brauchen, sondern jetzt tatsächlich mal tun, was auch geschrieben steht und man aber mit den Modern Warfare-Waffen vergleicht, gibt es keinen Grund mehr, eine dieser Waffen, FFAR, MAC-10, Paddington, Stoner, RPD, all die Waffen, die jetzt auch relativ lange Meter waren. Es gibt keinen Grund mehr dafür, dass ihr darauf zurückgreift, weil sie statistisch deutlich schlechter sind und gerade was Bullet Velocity angeht, was Reichweite angeht, ist ja in Cold War, beziehungsweise in Warzone, ja das A und O. Die meisten Gunfights sind auf ein bisschen mehr Range. Die wenigsten Gunfights sind auf 1, 2 Point Black, direkt beim Gegner. Häuserkampf ist selten, das ist eher auf offenes Feld, gerade auch noch am Ende. Das heißt, all diese Vorteile, die ihr durch die falschen Aufsätze hattet, hat Treyarch jetzt umgedreht. Die Aufsätze tun, was sie beschreiben, sie sind aber dadurch nicht mehr zu nutzen für uns. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist. Ich weiß nicht, ob noch ein neuer, weiterer Patch dazukommt. Ich kann euch nur empfehlen, testet es gerne aus, wenn ihr es mir nicht glaubt. Testet mit der FFAR. Ich habe es jetzt 3 Stunden heute gemacht. Es ist ab, ich weiß nicht, warum es so gemacht wurde. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Und noch eine letzte Sache heute, bevor ich sage, ihr dürft super gerne Like und Abo da lassen für die Scheißarbeit heute. Auf Twitter hat Activision einen Post vorhin veröffentlicht, in dem steht, Leute, die eine Playstation 4 haben mit 500 GB Festplatte und Modern Warfare mit allen Updates drauf haben und Cold War mit allen Updates haben wollen, brauchen ab jetzt eine externe Festplatte, denn mit dem letzten Update heute sind wir mit beiden Games und den Updates dafür bei über 500 GB Speicher. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, beide Games voll installiert zu haben, werdet ihr ab jetzt, wenn ihr nichts anderes drauf habt, eine neue Festplatte brauchen. Vielen Dank Activision. Vielen Dank Treyarch. Das ist mal wieder ein hervorragendes Update. Ich bin raus für heute, Leute, es reicht, ich hau rein.